Ja, ja, ja. Also, das ist nur so ein Zeiss. Ja, wir können eigentlich das, wo wir gesprochen haben, können wir mal ein wenig lieber kurz hängen schreiben, wenn man da eins wegbaut und vielleicht überschlägt. Wir können da in das Bodenfeld rein. Nein, nein, das ist wenn dann nur da. Wenn dann nur da. Ja, das ist da. Das kann ich einfach nicht. Aber das andere ist, wo wir es nicht mehr anschauen. Das ist wichtig. Das ist jeder. Ich muss eindrehen und dann bin ich zu hoch, weil ich muss ja dann runterfliegen. Das kann mein Chip nicht so anblassen, das ist dann mit der Länge her. Ja, ja, ja. Und dann sind das noch nicht. Und dann haben wir es noch nicht. Nein, da ist noch kein Thema drin. Wir wollen sich hier hinten raus. Aber wenn die Leute da sind, das ist kein Thema, weil ich wieder bei 15 Metern Höhen drüber. Ja, ja, ja. Und jetzt haben wir gesagt, die Leute können auch rübergehen, das ist gar kein Thema, ne? Aber ich würde das... Ich kann das. Das ist zu gefährlich. Also, das ist gerade die ungünstigsten. Ja, ja, ja. Also, von der anderen Seite, Auf der Seite wäre es super gewesen. Von der Seite muss ich einreden, muss ich runter, in den Winkel von den ganzen Schreien, warten, dass ich... Feuerwehrfahrt in Süchte!